Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim Katzenbauer machen ihr Familienglück perfekt und ziehen in ein Haus. Doch beim Umzug sind sie ganz allein.Lavinia Wollny schlägt ein neues Kapitel auf. Die ersten Kartons sind bereits gepackt. In wenigen Wochen wird die vierköpfige Familie, zu der ihr Verlobter Tim Katzenbauer, ihre Kinder Heli und Linus Tim, sowie das Hündchen Maja gehören, in ein neues Haus umziehen. Alle freuen sich darauf, bald mehr Platz zur Verfügung zu haben. Die Neuigkeit verkündete Lavinia in ihrer Instagram-Story, und zwar ziehen wir um. Wir ziehen in ein Haus. Lavinia und Tim hatten ursprünglich geplant, in ihrer derzeitigen Wohnung zu bleiben, ergriffen jedoch die Gelegenheit, ein größeres Haus in der Nähe ihrer derzeitigen Wohnung im Stadtteil Rathheim, Hückelhofen, zu mieten. Punkt Auch Schwester Estefania ist in eine eigene Wohnung umgezogen und genießt ein ganz neues Luxusgefühl. Platz für Lavinia Wollnys ganze Familie Punkt Das neue Zuhause verfügt über viereinhalb Zimmer, die den Kindern eigene Zimmer sowie ein Elternschlafzimmer bieten. Die Familie erhält in zwei Wochen die Schlüssel und trifft nun die ersten Vorbereitungen. Denn bevor es so richtig behaglich und gemütlich wird, stehen noch Renovierungsarbeiten am neuen Zuhause an. So muss eine neue Küche her, wie Lavinia erklärte. Die aktuelle sei zu klein für den verfügbaren Platz im neuen Haus. Doch Hilfe von der Familie kommt nicht Punkt Gerüchte über Familienstreit, das sagt Lavinia Wollnys. Einige Fans vermuten daher einen Streit hinter dem Umzug. Denn Lavinia muss Renovierung und Umzug wohl ohne die Großfamilie stemmen. In einer Fragerunde auf Instagram stellte die Wollnys-Tochter aber klar, dass es keinen Streit gibt. Ihre Familie sei vor einiger Zeit in die Türkei ausgewandert, und sie habe daher keine Hilfe von ihnen erwartet. Ich verlange jetzt auch nicht von denen, dass die Flüge buchen und nach hier kommen. Das wären mehr Unkosten als alles andere.